Weiter geht es mit den Star Wars Legacy Comics, mit den Ausgaben 9 und 10. Wir haben hier also einen Zweiteiler. Streng vertraulich, im Original Trust Issues. Erneut geschrieben von John Ostrander. Das muss ich nicht wirklich erwähnen, die gesamte Legacy-Reihe wurde von John Ostrander geschrieben. Wir haben hier keinen anderen Autor, der reinkommt und rumfuscht. Diese Geschichte spielt wieder in der Gegenwartshandlung, also 137 Jahre nach Yavin. Wir beginnen auf Coruscant im Sith-Tempel, wo Darth Melody, Sith-Wissenschaftlerin und Leiterin des Geheimdienstes, gerade den gefangenen Jedi, Botana, Hosk Trelis, foltert. Das ist der Jedi-Ritter, der am Anfang der Reihe von Kate Skywalker und seinen Freunden gefangen genommen wurde und an den Piraten Rath verkauft wurde. Und der hat den Jedi dann dem Imperium übergeben. Es gelingt Darth Melody, den Jedi zu brechen und von ihm erfahren sie dann, okay, er heißt Kate Skywalker. Er ist unterwegs mit zwei Gestalten namens Delia Blue und Jariah Sin und sie waren bei Reff, dem Piraten und könnten da eventuell nochmal auftauchen. Und schließlich gibt Darth Melody Nina Kalixti den Auftrag, Kate Skywalker zu finden und gefangen zu nehmen. Und Kalixti macht sich an die Arbeit und entdeckt schließlich Überwachungsaufnahmen aus dem Rad, der Raumstation, die wir kennen aus den originalen Marvel Comics. Also es sind durchaus Verknüpfungen zu den originalen Marvel Comics hier drin, was ich großartig finde. Nina Kalixti entsendet dann eine ihrer besten Agentinnen, Morrigan Cord, um Kate ausfindig zu machen. Dann wechseln wir kurz die Perspektive zu Imperator Rowan Fell, der gerade die imperialen Ritter Antares Draco und Gennar Creek zusammenscheißt, weil sie gegen seinen Befehl verstoßen hatten und seine Tochter Sia Fell gerettet hatten in der ersten Storyarc Skywalkers Erbe. Und er ist gerechtfertigt angepisst, denn wegen Draco und seinen voreiligen Handlungen wissen die Sith jetzt, dass Fell Bastion erobert hat. Sie wissen jetzt, dass Kate Skywalker existiert und er ist wütend. Aber er sagt schon, er wird es in der Öffentlichkeit so aussehen lassen, als wäre die Mission von ihm selbst angeordnet worden. Weil er nicht zulassen kann, dass seine Leute erfahren, oh, der Imperator wurde hintergangen von seinen treuesten Anhängern und die haben selbst eine Mission durchgezogen. Nein, 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 das würde nicht passieren lassen. Das würde ihn schwach aussehen lassen. Das finde ich nett. Das sind halt gefühlt drei Seiten, in denen Fell einfach seine Männer zusammenscheißt. Ziemlich gut. Und dann bekommen die beiden imperialen Ritter ihren neuesten Auftrag. Sie sollen zum Rat reisen, denn dort soll ein Treffen stattfinden zwischen einem Abgesandten des Fellimperiums und Gar Stasi, dem Admiral der Galaktischen Allianz Restflotte. Dieser wird hier erstmals eingeführt. Admiral Gar Stasi, er ist ein Duro und er war der Einzige, der während der Schlacht von Kamas nicht aufgegeben hat. Er hat sich nicht dem Imperium ergeben. Ihm ist es gelungen, aus der Schlacht zu fliehen und seitdem führt er auch Angriffe gegen das Sith-Imperium durch in den vergangenen sieben Jahren. Und das ist wirklich, seine Flotte ist buchstäblich alles, was von der Galaktischen Allianz übrig geblieben ist. Und Rowan Fell will sich jetzt eben mit ihm verbünden, weil er denkt sich, gemeinsam sind sie stärker und sie können gegen das Sith-Imperium vorgehen. Natürlich wären die Verhandlungen angespannt, schließlich war Fell der Herrscher zu der Zeit, als der Krieg losbrach zwischen der Allianz und dem Imperium. Aber er hofft, dass sie Stasi überzeugen können, dass die Sith sie alle getäuscht haben und dass man gemeinsam gegen sie vorgehen muss. Dann folgen wir wieder Morrigan Kord, die auf dem Rad angekommen ist. Dort verbündet sie sich mit einem Spezialagenten der einen Sith, welcher auch auf der Jagd nach Kate Skywalker ist. Und gemeinsam sabotieren sie dann das Aufeinandertreffen der beiden Rebellenführer, also Garstasi und dem Abgesandten des Imperiums, damit es zu keiner Vereinigung kommt. Sie lassen es so aussehen, als habe das Schiff des Imperialen, das Schiff von Garstasi angegriffen. Daraufhin werden die Verhandlungen beendet und die beiden Gruppen teilen sich wieder auf. Danach machen Morrigan Kord und der Sith-Agent Torlin gemeinsam Jagd auf Kate Skywalker. Morrigan schlägt vor, dass sie nach Huppes reisen. Und hier erfahren wir ein bisschen was Interessantes. Huppes war im letzten Krieg zwischen dem Imperium und der Allianz neutral und sind auch jetzt noch neutral. Huppes steht nicht unter der direkten Kontrolle vom Sith-Imperium von Darth Kraid. Das fand ich interessant. Ich nehme an, das liegt daran, dass... Das kam wahrscheinlich aus den Gesprächen zwischen Del Rey und Dark Horse, also John Ostrander und den Leuten hinter der Wächter der Macht Buchreihe. Weil da wurde ja Alana Solo aufgebaut und sie ist die Thronerbin von Huppes. Und da hat man jetzt für die Bücher Möglichkeiten, eine königliche Solo-Blutlinie einzuführen. Und sie wollten da nicht versehentlich irgendjemand anderen auf den Fuß treten. Und deswegen ist Huppes mehr oder weniger irrelevant für diese Comic-Reihe. Jedenfalls reisen die beiden dann nach Osses, zu den Ruinen des alten Jedi-Tempels. Und dort wendet sich Torlin, der Sith-Attentäter, gegen Morrigan Kord. Weil er ein Arsch ist und er vertraut ihr nicht. Und er will einfach auf Nummer sicher gehen. Morrigan Kord gelingt es jedoch, ihn zu überlisten und zu töten. Und hier am Ende bekommen wir den Twist. Morrigan Kord ist Kate Skywalkers Mutter. Und wir bekommen einen kleinen Flashback, wie sie Cole Skywalker, Kates Vater, damals verlassen hat, als Kate noch ein Baby war. Und das ist mehr oder weniger das Ende. Sie verlässt dann Osses, ohne Kate aufgespürt zu haben. Sie weiß, er ist auf Osses, in den Ruinen des Tempels. Aber sie will, sie kann ihm nicht gegenübertreten. Also, streng vertraulich erneut. Wir haben eine gute Story, gutes Worldbuilding. Hier geht jetzt erstmals die Story wirklich weiter aus Skywalkers Erbe. Sturmtruppler vs. Sturmtruppler. Und neue Allianzen waren beides One-Shots, die danach gespielt haben. Und die waren für sich alleine stehend und haben nicht wirklich die Haupthandlung vorangebracht. Aber mit streng vertraulich geht es spannend weiter mit der Hauptstory. Und erneut, interessante neue Charaktere und Konflikte werden eingeführt. Und ihr könnt euch sicher sein, all das wird noch eine größere Rolle spielen. Ebenfalls kurz zu erwähnen, die Zeichnungen sind erneut nicht von Jan Dersema. Sie sind trotzdem völlig in Ordnung. Gar keine großen Beschwerden. Besonders interessant finde ich es übrigens, dass ausgerechnet in dieser Ausgabe Gar Stasi eingeführt wird. Ich hatte es in Erinnerung, dass er zumindest vorher erwähnt wird in den ersten paar Ausgaben der Reihe. Aber nein, das hier ist wirklich sein erster Auftritt. Und Gar Stasi ist einer meiner Lieblingscharaktere aus der Comic-Reihe. Dazu kommen wir noch. Er wird noch eine größere Rolle spielen. Er und die Restflotte der Galaktischen Allianz. Insgesamt streng vertraulich. Weiterhin einfach nur stark. Wirklich einfach nur gutes Zeug. Gute Twists, gute Charaktere, gute Grundstory, gutes Worldbuilding. Die Story schreitet stetig voran. Und nächstes Mal geht's dann so richtig los. Zurück im Fokus mit Kate Skywalker. Tatsächlich als Hauptcharakter wieder. Mit den Ausgaben 11 bis 12. Geister.